Wir haben eine Linksbruchchen richtig auf, das ist dann wieder das rechte Knötchen, also wie gesagt, Foto, so ein eigenes Holz lässt sich nicht anpassen, kaum nicht mehr. Herr Elmer, was hier jetzt ist, da kann man so, oh, ja, so, das kann man auch nicht so machen. Überlösung, ungefähr, wir haben ja gerade vermessen mit 46 cm, sie ist nur ein 2 cm kleiner, das ist dann, so zu 43 und 45, ja, und da könnt ihr es messen, weil sie jetzt nicht das Ransch. Das ist das Ransch.